Wie bei vielen anderen Krebsarten auch, steigt das Risiko im Alter an. Besonders tückisch an Lungenkrebs ist, dass wir ganz lange gar nicht merken, dass wir erkrankt sind. Eine Früherkennung ist schwierig, weil die Symptome spät eintreten. Lungenkrebs ist eine der Krankheiten, bei der das Gefühl natürlich vorherrscht, dass man sich davor relativ effektiv schützen kann. Im Gegensatz zu vielen anderen Krebsarten scheint es hier ja auszureichen, nicht Raucher zu sein, um das Krebsrisiko zu minimieren. Die schlechte Nachricht ist, dass bei den knapp 60.000 Neuerkrankungen jedes Jahr in Deutschland auch viele Menschen dabei sind, leider, die seit Jahrzehnten oder sogar noch nie selbst Raucher gewesen sind. Das ist auch mal ganz wichtig zu wissen, auch Stichwort Vorurteile, Stigmatisierung. Was Sie trotzdem zur Vorbeugung tun können, das schauen wir uns jetzt einmal an. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Krankheitsbilder, Symptome, Auffolgskrankheiten, wie zum Beispiel Darmkrebs oder Lungenkrebs und wie man sich präventiv davor auch schützen kann. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Besonders tückisch an Lungenkrebs ist, dass wir ganz lange gar nicht merken, dass wir erkrankt sind. Leider ist das bei relativ vielen Krebserkrankungen so, bei Darmkrebs zum Beispiel auch. Von den knapp 60.000 Neuerkrankungen bemerkt ein Großteil der Betroffenen erst in einem späten Stadium, dass etwas mit der Lunge nicht stimmt. Dadurch, dass die Lungenfunktion nur langsam abnimmt und noch sehr lange aufrechterhalten werden kann, ist Lungenkrebs im Frühstadium also oftmals eher ein Zufallsbefund. Lungenkrebs ist eine der wenigen Krebsarten, deren Hauptrisikofaktor zweifelsfrei feststeht, nämlich das Rauchen. Die beste Möglichkeit, sich vor Lungenkrebs zu schützen, besteht deshalb darin, das Rauchen aufzugeben oder natürlich erst gar nicht damit zu beginnen. Umso früher jemand mit dem Rauchen aufhört, desto größer sind die Chancen, das Lungenkrebsrisiko wieder demjenigen von Nichtrauchern anzunähern. Also es ist nie zu spät, damit aufzuhören. Allerdings braucht der Regenerationsprozess natürlich Zeit, viel Zeit. Doch selbst, wenn bereits eine Erkrankung an Lungenkrebs eingetreten ist, kann es noch lohnen, das Rauchen aufzugeben. Das Risiko, an der Erkrankung zu sterben, sinkt dadurch nachweislich. Und absichtlich bringe ich jetzt ganz am Anfang einmal das Thema Früherkennung. Auch weil es im Gegensatz zu anderen Krebserkrankungen, zu anderen Krebsarten beim Lungenkrebs bisher leider keine regulären Vorsorgeuntersuchungen gibt, umso wichtiger ist als Ihr persönliches Engagement, Ihr persönliches Engagement, dass Sie selber darauf achten, ob sich Symptome entwickeln. Deswegen gehen wir jetzt einmal auf das Thema Früherkennung ein. Früherkennung. Bei Lungenkrebs sind die Heilungschancen umso größer, je eher der Tumor entdeckt wird. Zwei Drittel der Patienten, bei denen nicht-kleinzelliger Lungenkrebs in Stadium 1 diagnostiziert wird, sind nach fünf Jahren noch am Leben. Also relativ viele, aber halt im frühen Stadium diagnostiziert. Hingegen haben die meisten Patienten mit einem metastasierten Tumor eine verbleibende Lebenserwartung von weniger als zwei Jahren. Ganz wichtig aber hier, man kann das nie pauschal beantworten, wenn man als Arzt gefragt wird, wie lange kann ich noch leben? Diese Frage kann man nie beantworten. Man kann da letztlich auch immer nur falsch liegen. Da Lungenkrebs jedoch in der Regel erst Spätbeschwerden verursacht, hatte ich ja eben schon gesagt, wird er im Frühstadium fast immer nur per Zufall entdeckt. Bei der Mehrzahl der Patienten hat sich der Tumor bei der Erstdiagnose bereits in die Lymphknoten oder andere Organe ausgebreitet. Im Gegensatz zu anderen Krebsarten gibt es bisher keine regulären Vorsorgeuntersuchungen. Dies liegt zum einen daran, dass Tests wie Blutuntersuchungen auf Tumormarker oder Sputumanalysen, also Auswurf beim Husten, nicht zuverlässig genug sind. Zum anderen konnte bislang auch nicht nachgewiesen werden, dass ein Screening beispielsweise mit einer Röntgenuntersuchung oder ein CT tatsächlich einen Vorteil bietet. Auch das Konzept einer jährlichen Untersuchung von Risikopatienten ist ja auch eine Idee, dass man nur die Risikopatienten, die vielleicht ganz viel, schon ganz lange rauchen, also starken Rauchern mit einer niedrig dosierten Computertomographie irgendwie untersucht. Das konnte sich bisher auch als Früherkennungsmaßnahme nicht wirklich durchsetzen. Wir schauen uns jetzt aber erstmal an, was eigentlich genau Lungenkrebs ist und was man da im CT, im Röntgenbild zum Beispiel überhaupt erkennen würde. Zu verstehen, was Lungenkrebs ist, ist auch wieder für Sie nämlich wichtig, wenn wir über das Thema Prävention und Früherkennung sprechen. Was ist Lungenkrebs überhaupt? Krebserkrankungen beschreiben ja immer Neubildung von Gewebe, das im schlimmsten Fall bösartig ist und lebensgefährlich werden kann. Sogenanntes Bronchialkarzinome oder Bronchialkarzinome, die machen da keinen Unterschied. Denn auch hier kommt es zu einer ungewollten Neubildung von schädlichen Krebszellen in der Lunge beziehungsweise im Bronchiarsystem. Und dabei werden kleinzellige und nicht-kleinzellige Karzinome unterschieden, wobei sich die kleinzelligen Karzinome wesentlich schneller teilen und dadurch schneller wachsen. Das macht sie auch gefährlicher als die nicht-kleinzelligen Karzinome. Mehr dazu aber in einem anderen ausführlichen Video zum Lungenkrebs. Da habe ich das schon mal erklärt, was die verschiedenen Lungenkrebsarten sind. Auch über die Therapie spreche ich da. Gerne schauen Sie da einmal rein. Männer sind von fast allen Arten von Lungenkrebs übrigens dreimal häufiger betroffen als Frauen. Wie bei vielen anderen Krebsarten auch, steigt das Risiko im Alter an. Bereits ab dem 60. Lebensjahr liegt die Inzidenz deutlich höher. Da nimmt es also richtig stark zu. Und daran erkennt man, es spielt eine Rolle, wie lange man auch raucht oder den Risikofaktoren ausgesetzt ist. Der Gipfel der Erkrankung liegt aber jenseits des 80. Lebensjahres. In Deutschland ist der Lungenkrebs bei Männern und Frauen die zweit- bzw. dritthäufigste Krebsart. Und bei Männern sogar die häufigste tödlich verlaufende Krebserkrankung. Bei Frauen nur die zweithäufigste. Hier hat die Sterblichkeitsrate allerdings seit 1975 sich mehr als verdoppelt. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Lungenkrebs auch hier die tödlichste Krebsart sein wird. Bis dann hoffentlich in einigen Jahren die Aufklärung so gut wirkt, dass Lungenkrebs wieder als Risiko oder als Todesursache abnimmt. Aber das dauert. Die Krankheit selbst wird in vier Stadien eingeteilt, die eingrenzen, wo der Tumor wächst und ob Metastasen in anderen Organen vorhanden sind. Und solange eine geringe Tumorausprachung vorliegt, nehmen Betroffene kaum Symptome wahr. Meist erst ab dem Stadium 3, also im fortgeschrittenen Stadium. Dann erleben die meisten Patienten Einschränkungen der Lungenfunktion, die dann misstrauisch werden lassen. Und man muss auch sagen, viele Raucher sind es ja irgendwie quasi schon gewohnt, schlecht Luft zu bekommen, zu husten etc. Und da macht man sich da gar keine Gedanken. Es dauert also ziemlich lange, bis man sagt, oh hier stimmt vielleicht was mit der Lunge nicht. Da die Symptome häufig unbestimmt auch sind und durch Husten, Heiserkeit und Fieber eher auf eine zu einer harten NG-Erkältung schließen lassen, bleiben leider viele Lungenkarzinome sehr lange undiagnostiziert. Was sind die Ursachen für Lungenkrebs? Eine Ursache ist ganz klar zu benennen und in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich häufig der einzige Auslöser, der dann diskutiert wird für Lungenkrebs und das ist das Rauchen. Die schädlichen Auswirkungen des Rauchens sind vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten noch einmal besonders deutlich kommuniziert worden, was auch sehr gut und sehr wichtig ist, was dazu geführt hat, dass wesentlich weniger junge Menschen mit dem Rauchen anfangen. Wichtig aber zu wissen, es gibt auch noch andere Ursachen außer das Rauchen und schließlich auch Passivrauchen ist auch noch wichtig. Das nützt der aktuellen Generation von Lungenkrebs-Risikopatienten allerdings wenig, diese Aufklärung. Denn wenn wir kurz zurückrechnen, sind diese vor 1960 geboren und damals war eine schädliche Wirkung von Tabak fast undenkbar. Das heißt, die Auswirkungen, die Patienten, die wir jetzt sehen mit Lungenkrebs, das sind die Patienten, die sozusagen diese Aufklärung, diese Bilderchen auf den Zigarettenpackungen etc. damals früher nicht gesehen haben, nicht bekommen haben diese Aufklärung. Neben dem Rauchen können aber auch berufliche oder umweltbedingte Ursachen schuld am Lungenkrebs sein. Nein, das muss man auch immer wieder betonen, das kann auch passieren. Wer im Job häufig mit krebserregenden Metallen wie Arsen oder Chrom zum Beispiel zu tun hat und nicht ausreichend geschützt ist, erhöht sein Krebsrisiko ebenso wie die Belastung durch Feinstaub, Asbest, Abgase oder sogar auch Passivrauchen. Ja, richtig gehört, auch ausgedehntes Passivrauchen erhöht nachweislich das Risiko für Lungenkrebs spürbar. Gerade auch, wenn man in der Kindheit dem ausgesetzt war. Daneben können auch körpereigene Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Tuberkulose, dafür sorgen, dass die Lunge anfälliger für Krebs wird und wie bei fast allen Krebserkrankungen kann auch eine genetische Veranlagung zum Lungenkrebs vorliegen und das Risiko erhöhen. Wie erkenne ich Lungenkrebs möglichst früh? Nochmal zum Thema Früherkennung, weil das so wichtig ist. Eine Früherkennung ist, wie schon erwähnt, schwierig, weil die Symptome spät eintreten. Umso wichtiger ist es, dass Sie selber darauf achten. Wenn Sie wissen, dass Sie Raucher sind, achten Sie auf Symptome frühstmöglichst. Erst wenn der Tumor gestreut ist oder eine gewisse Größe erreicht hat, dann bemerken wir leider, dass die Lunge weniger leistungsfähig ist. Und in diesem fortgeschriebenen Stadium kommt es dann aber zur typischen und das sind Sachen, worauf Sie auch achten können, sogenannte B-Symptomatik. Und das B steht dabei für Begleitsymptome. Und das können sein Fieber, Nachtschweiß und Gewichtsverlust. Nachtschweiß bedeutet wirklich, dass man richtig das T-Shirt oder den Pyjama wechseln muss. Alles aber Symptome, die auf den ersten Blick nicht unbedingt auf eine Erkrankung der Lunge schließen lassen. Bis die dann mal untersucht wird, kann der Tumor ungesteuert weiter wachsen und eventuell schon bleibende Schäden hinterlassen. Achten Sie also darauf, wenn Sie wissen, Sie sind Raucher, Sie haben mehr vermehrt Symptome wie Husten, aber auch diese B-Symptomatik, dann gehen Sie schnellstmöglich zum Arzt. Weitere typische Symptome, die dann tatsächlich auf Lungenkrebs schließen lassen, sind chronische Husten, Luftnot und andauernde oder ständig wiederkehrende Erkältungen, also eine chronische Bronchitis. Insbesondere wenn die nach dem 40. Lebensjahr auftreten, besteht eigentlich immer schon ein Anfangsverdacht auf Lungenkrebs. Wenn Sie also bei sich bemerken, dass Sie viel häufiger als normal erkältet sind oder einen nicht erklärbaren Husten haben und natürlich wissen, dass Sie rauchen, dass Sie vielleicht viel rauchen, könnte sich eine Untersuchung auf Lungenkrebs lohnen in Anführungsstrichen. Davor hat man natürlich selber immer Befürchtungen, Angst. Aber wenn der Krebs da ist, dann wird er sich leider durchsetzen. Je mehr man ihn feststellt, desto besser kann man ihm helfen. Wenn dann sogar Blut noch im Auswurf vorhanden ist, dann sollten Sie sowieso auf kürzestem Weg sofort zum Arzt gehen. Eindeutige Anzeichen für Lungenkrebs zeigen Sie oft erst, wenn Gewebe langfristig nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Das ist ja das, was unsere Lunge macht, unser Gewebe mit Sauerstoff versorgt. Und dann bilden sich sogenannte Urglasnägel oder auch Trommelschlägerfinger. Urglasnägel beschreiben vergrößerte, rundlich geformte Fingernägel, während bei Trommelschlägerfingern die Endglieder der Finger ähnlich wie beim Trommelstock angeschwollen sind. Erkennt man wirklich bei Rauchern ganz gut. Schauen Sie mal drauf. Durch das Wachstum des Tumors kann er ebenfalls auf andere Organe natürlich drücken und dann abhängig von seiner Position auch zum Beispiel Schluckbeschwerden oder sogar Heiserkeit auslösen, wenn er beispielsweise auf die Stimmbänder drückt. Die Früherkennung selbst ist leider noch nicht ausgereift genug, um bei vermeintlich gesunden Patienten ohne Symptome sicher angewendet werden zu können. Die Belastung einer prophylaktischen Untersuchung ist dabei größer, also wenn man ein CT macht, als die mögliche Chance auf einen wirklichen Fund bei der Untersuchung. Man kann nicht pauschal erstmal jedem Menschen ein CT quasi geben oder jedem Raucher. In letzter Zeit sind allerdings, wichtig, vielversprechende Studien veröffentlicht worden, die einen Nutzen von Screenings bei Risikopatienten durchaus plausibel erscheinen lassen. Bei starken Rauchern empfiehlt sich daher ab etwa so dem 55. Lebensjahr eine regelmäßige Computertomographie, also ein CT, mit der ein potenzielles Lungenkarzinom erkannt werden kann. Was kann ich tun, um mich zu schützen? Zum Schutz vor Lungenkrebs kann man eigentlich nur versuchen, sich so gut wie möglich natürlich vor den Risikofaktoren zu schützen, die Risikofaktoren zu meiden. Und das geht einerseits, indem man beruflich und privat versucht, die Umweltfaktoren möglichst umfassend zu umgehen und sich nicht unnötig beispielsweise belastete Atemluft auszusetzen. Ist natürlich nicht immer möglich, sowohl nicht privat, sozial als auch vielleicht beruflich nicht. In der Vergangenheit wurde beim Bau von Gebäuden häufig Asbest natürlich benutzt, das jetzt aufwendig ersetzt wird, damit die Luft in den Gebäuden nicht unnötig Krebs fördert. Dazu kann eine gesunde Lebensweise, und das ist ein wichtiger Stichwort, gesunde Lebensweise immer dazu beitragen, dass der Gesamtschutz des Körpers vor Krebserkrankungen möglichst hoch ist. Und hier sind zwei Stichworte wichtig. Erstens Ernährung und zweitens Bewegung und Sport. Da man aber nie genau sagen kann, was den Krebs letztendlich ja wirklich ausgelöst hat, können wir hier nicht effektiver leider vorbeugen. Eine gesunde Ernährung mit reichlich Obst und Gemüse kann nur empfohlen werden, ist also auch hier wichtig. So hat der Verzehr von Früchten offenbar eine schützende Wirkung von Lungenkrebs. Und dieser Effekt ist vermutlich auf Antioxidantien zurückzuführen, die eine oxidative Wirkung, beziehungsweise die oxidative Schäden an der DNA der Zellen verhindern und damit das Krebsentstehungsrisiko verringern. Und nochmal, es ist nie zu spät, mit dem Rauchen aufzuhören, selbst dann, wenn bei Ihnen bereits Lungenkrebs diagnostiziert wurde. Ein Rauchstopp ist die wichtigste Maßnahme, wenn es darum geht, Lungenkrebs zu vermeiden. In einem früheren Video habe ich ja auch alle Risiken des Rauchens schon einmal aufgezählt, also noch viel mehr Risiken als nur den Lungenkrebs. Wer mit dem Rauchen jetzt aufhören will, kann hier gerne einmal reinschauen, gerne einmal das Video da anklicken. Nochmal wichtig, jede nicht gerauchte Zigarette hilft, auf lange sich dabei keinen Lungenkrebs zu bekommen. Das muss man sich immer wieder einprägen, immer wieder selber sagen, weil oftmals hört man vom Patienten, ich rauche ja eh schon so lange, das bringt ja gar nichts mehr. Das Lungenkrebsrisiko nochmal sinkt, wenn man mit dem Rauchen wieder aufhört. Allerdings braucht der Regenerationsprozess leider Zeit. Was dabei allerdings nicht hilft, ist der Umstieg auf E-Zigaretten oder sogenannte Tabakerhitzer. Diese enthalten zwar im Schnitt weniger Schadstoff und sind damit rein theoretisch gesehen etwas gesünder oder sind gesünder als normale Zigaretten. Allerdings ist ein Großteil der Zigaretten sucht auch die Angewohnheit, etwas zu rauchen. Und diese Angewohnheit wird weiter natürlich vertieft, wenn die Zigarette einfach durch etwas eher anderes ersetzt wird. Aber trotzdem wichtig, Raucher umsteigen auf E-Zigaretten ist aus Sicht von Lungenkrebs definitiv sinnvoll und gut zu machen. Außerdem produzieren diese Geräte häufig auch andere Stoffe, bei denen aktuell noch gar nicht klar ist, wie sie langfristig aber auf den Körper wirken. Das muss man auch sagen. Eventuell sind die Erhitzer damit am Ende auch krebserregend, genauso krebserregend wie Zigaretten. Die unsichere Studienlage bringt mich dann auch wieder zurück nochmal zum Lungenkrebs-Thema, denn ich fasse jetzt noch einmal zusammen, warum Lungenkrebs in Deutschland als Volkskrankheit gilt. Warum ist das so? Denn wir haben eine Kombination erstens aus risikoerhöhendem Verhalten durch das Rauchen und zweitens eigentlich keine funktionierende Früherkennung. Das ist das Schlimme eigentlich. Und drittens erst sehr spät einsetzende Symptome einer mitunter schnell voranschreitenden Krankheit. Wir merken es selber erst spät. Das führt dann im Endeffekt zu unserer Situation mit hohen Lungenkrebszahlen und der sehr hohen Todesrat. Es bleibt also nur zu hoffen, dass langfristig wirklich viel weniger Raucher nachwachsen. Lassen Sie uns jetzt gerne gemeinsam im Kommentarbereich darüber diskutieren. Vielleicht auch Ihre Tipps und Tricks, die helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.